Hallo zusammen, heute darf ich euch was ganz Spezielles vorstellen. Hierbei handelt es sich um ein naturbelassenes und nachhaltiges Schlafkissenkonzept für die Hotellerie. Schön gestaltet und gut durchdacht, ideal für die einfache Umsetzung in Ihrem Haus. Das Kissenmenü und die dazugehörigen Informationsblätter sind auf nachhaltigem Graspapier gedruckt. Dieses erspart 99,9% an Wasser, 97% an Energie und kommt komplett ohne chemische Zusatzstoffe aus. Das Konzept beinhaltet eine von Ihnen gewählte Anzahl an Kissenmenüs, bestückt mit Ihren ausgewählten Kissen, ideal für die Auslage in den Hotelzimmern. Informationsflyer von der Rezeption an den Gast, wo der Hotelgast alle Infos über das Kissenmenü einfach aus erster Hand beziehen kann. Möchte der zufriedene Hotelgast das Kissen gerne bei Ihnen erwerben, hat aber leider keine Möglichkeit es mitzunehmen, können Sie ihm einen Himmelgüngutschein überreichen, mit dem er bei uns auf der Homepage einfach von zu Hause aus mit einem guten Rabatt sein Wunschkissen erwerben kann. Im Idealfall erwirbt der zufriedene Gast das Kissen im hauseigenen Hotelshop oder an der Rezeption und Sie können das Kissen dem Gast in einer nachhaltig schönen Kissenverpackung überreichen. Für die rasche und einfache Umsetzung des Konzepts wählen Sie aus den 10 Natur- und Kräuterkissen Ihre Lieblingskissen aus. Wir stellen die Menüs mit Ihrer Kissenauswahl zusammen und schicken Sie mit Ihrer Bestellung direkt zu Ihnen zu. Hat Ihnen das Kissenmenü gefallen? Passt es zu Ihnen? Dann schreiben Sie uns gerne ein E-Mail oder kontaktieren Sie uns per Telefon. Vielen Dank und herzliche Grüße!